Das ist doch reine Spekulation, dass das schmecken tut. Ja, das haben die spekuliert. Haben sich aber fair spekuliert. Ehrlich gesagt. Wenn kocht sehr viel Schinken benutzt, spekuliert er dann auch nur in der Küche? Ja, ich kenne Cola Zimt. Ich habe das getrunken und dann dachte ich, ja, nein, das braucht kein Mensch. Das ist aber auch schon ein Lappen, der Typ. Kann ich jetzt eigentlich ein Verein? Ein Lappen? Die Spricht von Magnus. Ach so, ne, ich meinte ihn jetzt. Aber ja, natürlich nicht. Carrie hat gerade das 10.000 mit ihm im Abzeichen erhalten. Heißt das, du hast jetzt das total tolle Ding? Jetzt kommt Maleficent. Hoffentlich kackt das nicht wieder ab. Ansonsten ist das Spiel schon heute durch. Oh, du bist aus der Halt. Reveal mir die Kühle. Ganz viele Herzen ebis. Beheal mir die Kühle. Beheal mir die Kühle. Beheal mir die Kühle. Bist du bereit für sie? Nein. Da ist ne Glocke. Ne Tode Glocke. Und ich bin ganz alleine. Und ich bin ganz alleine. Du bist so, dass du reich bist. Du reich bist so, dass du reich bist. Nicht auf deinem Leben. Aber ich werde nicht so, dass du reich bist. Aber ich werde nicht so, dass du reich bist. Weil er ist einer meiner besten Freundin. Nachdem wir zusammengekommen. Best Freundin. Bis zum nächsten Mal, Donald. Können Sie sagen, den reich bist, dass ich wirklich entspricht? Hold on, Goofy. Wir haben ihn zusammen. Ich bin so. Und ich bin so. 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 Sora. Ich bin so. Und ich bin so. Donald... Goofy. Wie konnte man поạnhken ohne eine kohle? Ich weiß, dass ich keine Kerbe. Ich habe eine bessere kohle. Ich habe mein Herz. Ha, dein Herz? Was ist das schwach ist für dich? Obwohl mein Herz vielleicht schwach ist, es ist nicht alleine. Es hat sich mit jeder neuen Erfahrung und es hat ein Haus gefunden, mit allen Freunden, die ich habe. Ich bin Teil ihrer Herz, so wie sie bin Teil meiner. Und wenn sie mich jetzt und dann, wenn sie mich nicht vergessen, dann wird unser Herz ein. Ich brauche keine Waffe. Meine Freunde sind meine Macht. Und jetzt passiert ein bisschen was total tolles. Er ist ein Lappen und ich habe das Schlüsselschwert. Aber das Gute. Nicht das Schlechte von gerade. Das mit mehr Wumms. Aua. Gute, der Magd earlier daran denkt hier schüttelt aus und gealtert auch 2.400 punkte das gegeben glaube ich haben wir das mal verprügelt mit der hilfe des schüttels aber ja mein herz auf jeden fall mein herz weiße triothek und kein biest mehr ob wir brauchen das nicht irgendwo wir haben noch drei punkte tollwut das klingt so ein schirm an der hat nichts erst mir auf keinen fall wohl war er noch aktiv die haben auch nichts das ist auch gut er braucht kein eisring das kann er mit umgehen okay wir sind hier und wir brauchen einen speicher da geht es auf jeden fall nicht durch das sieht aus wie jetzt müsste das erst in regeln vier aushöhlung sind zu sehen natürlich sind sie das bei blau bau 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 tig weiß man auch da ist ein buch kamer ich habe das band 8 davon erhalten acht das band kamer das sieht aus wie die kamera die bücher sind alphabetischer rein hier ist die karte kamer band 8 ins regal geschnitten das kenne ich jetzt keine gewohnt genau hier glaube ich war das drehen da war eine kiste das ist eine kiste alexia halten da oben war eine kiste aber da kommen wir noch nicht so gut dann gehen wir erst mal hoch ich weiß auch nicht seit dem letzten patch haben die karte gebaut ich kann einfach nicht mal nach vorne deutschen weil er immer dann reflekt man wohl irgendwie weiß auch nicht einfach stehen bleibt ich weiß nicht dass sie machen aber vielleicht geht es dann auch nach vorne laufen komischerweise bleibt immer stehen aber wir müssen damit speichern diesen porten warte mal hier war gar nichts drin also war schon aber ich hab's nicht ich weiß genug gedreht wo ist meine kiste das kaputt dass er fast wie beim botgebob zu machen mega portion okay das hat sofort geklappt da ist noch ein falsches buch drin als ob man das nicht sieht wie los daher liegt auch ein von sobus da ist ein grünes ding der krimischen augenbuch weil da oben liegt eins drauf und hab und hab und hab ich war so hoch gesprungen aber dann hätte es nicht geklappt wahrscheinlich ach so weil ja gut man steckt fest ultima gummi schon wieder eins ich kann auch drehen ich verstehe das irgendwie ehrlich gesagt nicht ich dachte immer von früher jetzt ja dass das immer einmal immer ein weiter rutsch und du musst einfach zweimal machen dann hast du das aber jetzt ist einfach das ist einfach absolut null spektakulär das ist wirklich spektakulär abitamin 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 ich hab immer noch nichts wichtig ist diese ganzen drei fähigkeiten kosten mich normaler die armee wir haben aber ein paar bücher aber so 1 da können wir z reinstellen zum beispiel geht dann die wand auf oder hat das natürlich ein schalter logischerweise wir drücken diesen schalter dann geht natürlich nicht hier auf aber das ist natürlich nicht das was wir machen wollen warte doch wir gehen erst mal wieder runter aber das ist ja genau hier zwischen der ist eine ganze reihe schon komplett was war die die regierung da kann ich eins reinstellen aber daneben ist einst falsch drin ich glaube das haben wir nicht ist nicht richtig lieber da kommt eins rein aber wieder zurück geschoben ein so du kannst rennen du schaffst das los rennen habe jetzt weg gedrückt keine ahnung was für ein buch aber das war ja irgendwie hat sich das jetzt nicht so orientiert naja du hast das bücher jetzt verschoben ne kommst du vielleicht an die andere bücher jetzt dran ja ich guck mal jetzt gleich da ist jetzt eins auf jeden fall das gelbe buch heute ist das echt nervig mit laufen er wird fast immer stehen ach so der geboren d ist oben so nimm doch mal reflektor mal raus was nein das liegt ja nicht daran sieht doch nur daran das halt einfach irgendwie nicht mehr nach vorne läuft wir machen den update und alles scheiß wie verrückt wird zum beispiel ist das ja nicht das ist nur nach vorne aber das war ja schon immer nur nach vorne und manchmal so jedes band 3 aufgeklappt und da ist das lila natürlich weiß magie band 4 hier ist die w reihe ja machen eine geheime tür wo ist mit der speicher nämlich das abspeicher dieses rumgelaufen lift schacht wo 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 außen rum und hoch bisher zum glück nur ganz kurzer weg weißer fahrstube oder lang muss ist ein gps integriert und jetzt nicht was muss ich aber sein absoluter